Vielleicht habe ich auch heute Mittag das Handy geschrottet, dass das Ding so wenig ist hier. Weiß ich nicht. Richtung Ukraine oder Richtung Häuserburg vorne. Richtung Alpen Richtung Weltall Schlusswiderstand 56 Mikrotester. Aber da wurde möglichst großen Widerstand vermutet auf dem Boden Sensor 50. Also am Licht liegt es nicht, das misst der Sensor gerade nicht so großartig. Gut, ein Stern dann. Jetzt wird es interessant. Decke drin. Heller aber 3 Mikrotester weniger. Hält was ab. Voll oben, damit man es nicht so sieht. Boden im Raum. Boden. 47. Boden draußen. 48. 47. Boden draußen. 48. 47. 45. 60. Keine Ahnung was zu zeichnen.